Äh, ey, ach ne, da wollen ja Grafik auf, okay. Da müssen wir aufpassen, wir nehmen das Rohr mal hinten. Ja, das ist morgen vielleicht. Jo, den vom Rini hauen. Schönen Abend. Selber. Danke. Wollen wir hier lang, oder wollen wir unter der Brücke rüber auf die Mittelkonsole? Rüber, ich renne jetzt rüber. Ja, das ist aber was kann, aber. Oben hat ein Skeftgequiekt hinter uns. Wehe gar nicht so, der sich eben geheilt hat, die dumme Sau hier. Hm. Von wo? Direkt vor mir, direkt vor mir. An der Mauer rechts. Der hat nicht mehr viel. Gerade hatte von mir, Mats, geh weg da. Erst Minus. Erst Minus. Oh, ey, die Granate explodiert das, alter. Uiuiui. Alter, der hat dein ganzes Magazin gefressen hier. Oh, ich hatte Angst, dass ich dich schon wieder erschieße, weil da kam rum und du standst auf einmal wieder auf. Oh, Junge, Angst. Ey, also die 6er Bodyarmor, das ist einfach der Hammer, das ist der Wahnsinn. Und da ist ja, ich bin流하�lich. Aufpassen, dass keiner kommt. Ich packe den nur mal im Eimer an. Level 1, nein! Ah, das arme Schwein. Aber war gar nicht so dünn, aber hat uns ja gut in Schacht gehalten. Als ich AKS gesehen habe, dachte der hat die Quest. Leuchtig etwas weiter wie der Typ Gras und Stigma nach. Ich kann doch alles wieder drehen. Matze der Barmherzige. Oh, ich bin tot. Keine Ahnung, Matze. Von wo? Keine Ahnung. Palvino. Ich habe das Ding entlassen. Ich habe das Ding mitzitten und das Ding abgeschaltet. Ich habe das Ding mitzitten, das Wchen. Mal auf! Hallo! Ich habe das Ding aufhören. Ich habe das Ding mitzitten, das Kiefer drin gesetzt. Oh, ich habe das Ding mitzitten. Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte Scheiße, zwei Mann waren das, ach meine Bodyarmor, ich habe mich gerade noch gefreut drüber, jetzt ist sie weg. Was ich hier, wie hieß das, was sie hier jetzt einstellen wollen, Play, was wir auch mal gespielt haben. Recycle, Ponte Recycle. Ja genau, das, boah, ey, das war ja überhaupt nicht, Ponte hatte überhaupt nichts mit Parkop zu tun, irgendeine bunte Gummibärchenwelt. Play und ich habe es mal gespielt, Play, der Play war nach der ersten Runde direkt Schluss, so ein Scheißspiel. Ja, meins war es auch nicht, ich habe dem Ding nochmal eine Chance gegeben, weil irgendjemand meinte, ja, wir können das mal spielen, aber. Boah, auch nicht so meins. Denkst du schon wieder? Ja, ich war hungrig und durstig in den Rät geschautet. Oh, ist ein Wachstück, ist doch noch nie gesehen. Ich bin hier vorn. Wo bist du denn? Am Zaun, der Tanke. An der Mauer, oder? Aber vom Checkpoint kommt irgendwas. Ich hocke jetzt unter der Klaus. Checkpoint kam irgendwas. Hängt hier unten, unter uns irgendwo, muss da hängen. Granat habe ich nicht mit. Hast du den mitgekriegt? Ja. Das war's für den Meister. Das ist Geschichte. Ich bin jetzt unten. Okay. Ich weiß nicht, ob er alleine war, Klaus. Guck mal, noch mal vor. Ah, geiler Waffe, Verwandtippus. Du rennst? Ja, ich liege an der Leiche. Was für ein geiler Tipp mit der Waffe. Ich liebe sie. Oh, ey, der DVL allerbeste. Oh, ey, den habe ich die Rüstung runtergeballert im 0,0. Nichts. Brachial. Einfach brachial. Oh, und Jusek. Moosin ist schnell. Halt, ja, das Ding römmelt. Aber richtig, das war so, das ist genau mein Stil. Junge, da ging die Osprey im 0,0 war die weg. So, Klaus, ich komme runter. Ach nein. Ey. What? Hast du ein Bein gebrochen? Ey, ja, ich raste gleich aus. Also nicht wirklich, es wird zum Spaß. Ich soll ja ruhiger werden. Aber wann war es? Irgendwann vorgestern, wo ich hier permanent versucht habe, mir ein Bein zu brechen. Bin von der höchsten Höhe gesprungen. Ich bin von den Felsen gesprungen. Nochmal richtig gut. Jetzt waren die Beine komplett schwarz. Statt, da war nichts mit Brechen. Umgeknickt. Junge, wie der erste Mensch. Ich bin ja in einer Tanke, ne? Okay. Du rennst? Ja, komm. Pillen fressend komme ich zur Tanke. Da kannst du gleich weitergehen. Okay, ich komme hinten rein. Oh ja, Quatsch. Hallo. Alter. Ich wusste zwar, dass du hier drin bist, aber er hat mich trotzdem erschrocken. Da haben wir alles. Die Magazin sind voll. Ey, es wird meine Lieblingswaffe lustig, der Klaus. Klaus ist ein Schlitzrohr. Er hat mich auch veralbert heute schon mit irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ach so, dass er Kredit bei Papu gekriegt hat. Ich weiß es ja nicht. Kann ja sein, dass sie irgendwie was implementiert haben. Kannst du Kredit nehmen bei den Verkäufern. Sowas kann tödlich enden. Er weiß das doch. Er müsste es... Wieder, wieder, wieder. Sag mal, wieso renne ich da immer rein? Quatsch, dann machst du ja alles. Sag mal, wieso renne ich da? Andere. Ach so, ich kann es nicht mehr rein. Ach so. Sollte So, ich habe es hier mit einem kleinen Kuchen aufgelöst. Ich habe es hier mit einem Kuchen aufgelöst. Ich habe es hier mit einem Kuchen aufgelöst. Entschuldigung Ah, schade. Mist. Verdammt, ich auch? Hm. Ja. Ah, hol jetzt den Mann, Tammatze. Hm. Immer reinrennen. Ja. Immer schön reinrennen in die Schüsse. Das ist immer gut. Mist. Oh, und die schönen Jusek-Dog-Tags. Alle weg. Hm. Gute Munition. Matze, eventuell bis morgen. Ja, Klaus, wäre auch nice. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Danke. Ciao. Alles gut, tschüss. 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 Vielen Dank.